Für die Frage, wann eine Konformitätsbewertung erforderlich ist, bediene ich mich zunächst mal dem Anwaltsjargon. Es kommt darauf an. Aber generell und kurz zusammengefasst, die Konformitätsbewertung ist erforderlich, um einen möglichst freien Warenverkehr zu ermöglichen und Handelsbarrieren zu eliminieren. Dabei spielen oft auch rechtliche Festlegungen insbesondere in Bereichen eine Rolle, wo besondere Schutzziele des Staates wie der Gesundheits-, Arbeits-, Verbraucher- oder gar auch der Umweltschutz betroffen sind. Dies kann von Staat zu Staat oder auch Markt zu Markt variieren. Die Durchführung der Konformitätsbewertung kann dadurch gesetzlich vorgeschrieben, freiwillig oder auch vertraglich vereinbart sein. Die Konformitätsbewertung kann durch den Hersteller oder Anbieter selbst, dessen Vertragspartner oder Kunden sowie durch unabhängige Dritte wie Prüflabore und Kalibrielabore, Inspektions- und Zertifizierungsstellen durchgeführt werden.